Herr Gertz, Herr Bürgermeister, keine Angst, ich brauche nicht lange, ich möchte nur einen Zungenschlag, der hier im Raum steht, deutlich widersprechen. Es wird hier immer gesagt, Bürgerbeteiligung ist wichtig, wir, Freie Wähler oder Bürger, wie die heißen, und AfD, Bürgerbeteiligung ist wichtig, Bürgerforum. Es gab in Dresden ein einziges Bürgerforum, keine Angst, ich werde jetzt nicht das Spielfeld wechseln, aber es gab ein Bürgerforum, da haben 95 Prozent, haben sich für etwas, nämlich das Sachsenbad, ausgesprochen, und es hat die Freien Wähler und es hat die AfD nicht die Bohne interessiert. Es hat sie nicht die Bohne interessiert, sie haben gesagt, ach, das waren irgendwelche Omas aus Pischen, das ist uns doch egal. So, also so viel dazu, wie Sie Bürgerbeteiligung ernst nehmen. Dankeschön.